Oh, dein Handy liegt noch hier. Aua! Wutz! Rätsel dir, Wutz! Es geht los. Schade, wir lernen es nicht. Das macht nicht. Sondern es wird irgendwie anders. Oh, er hat die blusige Maske. Das heißt, er... Er hat einen sehr hohen Level. Oder die Slasher Edition. Das diskutieren wir jedes Mal. Ich bin in der Küche. Ja, ich habe ja auch die Slasher Edition. Ich bin Bugsy. Oder du hast die Slasher Edition. Aber trotzdem hast du es ja nicht, oder? Und ich weiß, wo die Fuse hinkommt. Oben rechts Birchridge. Ah, super. Oben rechts. Scheiße. Ich habe mich natürlich genau in die Hütte begeben. Ah, jetzt ist er hier. Schnell raus. Ist das etwa schon mein Ende? Noch nicht. Das glaube ich nicht. Schnell raus. Schnell raus. Schnell raus. Wo ist er denn? Die Musik ist so laut. So, ich rufe gleich mal Tommi. Ah, ne, geht er nicht. Das ist ja frech. Weil er das Licht ausgemacht hat. Weil er das Licht ausgemacht hat, kann ich nicht anrufen. Ein elendiger Spaß. Er weiß, wie es geht. Ja, ja. So, er ist weg. Ich glaube, er hat alles präpariert. So, das heißt für mich jetzt aber erstmal Licht wieder anmachen. Oh Gott, sind wir schon... Oh. Aber... Willst du mit einer Falle? Ja. Auf jeden Fall ist er noch nicht tot, derjenige. Hier ist nichts. Und wie viele Fallen hat er hingelegt? Zwei Butterfuse. Nee, eine. Soll ich sie gleich deaktivieren? Oh, mir... Oh. Ich gleich mal. Ist er? So, Falle deaktivieren. Oh, nee, er kommt zu dir, glaube ich. So. Warum kann der jetzt schon wieder zurückschmorf und shiften? Alter, nicht durch die Hütte springen. So, geil. Damit sind meine Heilspray jetzt jetzt auch aufgebraucht. Was macht die? Warum sammelt die hier alles? Das ist echt frech. Jetzt mal ohne Wiss. Sie sammelt hier das ganze Zeug. Oh, ich bin so dumm. Ich bin in die Falle gelatscht. Ich bin so dumm. So dumm. Wieso ist doch gut? Nein. Wenn man am Anfang die Fallen deaktiviert... Ja, in die Falle gelatscht. Von uns. Ach so. Das ist dann doch ein bisschen ungünstig. So, irgendwer hat doch die Fuse. Es ist doch hier alles gelootet. Nun begeben Sie sich doch bitte da oben hin. Okay, sind hier alle am großen Auto... Ähm, im großen Haus, am Auto? Äh... Jo. Auch, äh... Jasoneer? Ja. Okay. Ich verpiss mich hier mal. Oh, oh. Oh, der legt auch die Fuse. Na dann, take it. Ja, jetzt muss ich mich erst mal... Na, warte mal. Ich hab, äh, ne Pistel. Leuchtpistel. Ja, er ist unten bei dem Auto. Ich komm da mit rein zu dir. Hallo. Ich bin nun in einem Hexenhaus. Ach so, du bist hier... Ah! Hat jetzt... Ist da die Fuse? Ja. Nicht so. Jetzt komm, jetzt hör mal so schnell. Oh, mein Gott. Was ist da passiert? Oh, es ist... Irgendwer gestorben, ne? Ich weiß nicht genau, wo das liegt. Oh, das holt grad jemand, glaub ich. Ne. Wo ist der Scheiß? Oh. Hä, er ist weg. Der ist wieder da. Ne. Oh, mein Gott. Was ist denn? Ich verpiss mich mal. Ah, da ist der. Da ist auch ein Autoschlüssel. Bertridge. Ich brauch erst Ausdauer. Hast du jetzt die, äh, Dings? Ich hab die Fuse, ja. Okay. Na, komm ich hin. Na, warte mal. Aber das Auto ist ja fast fertig hier. Und der Autoschlüssel liegt auch da. Wo ist... Wo kommt es denn, äh... Bertridge. Wo da? Zweite Haus. Rechts. Alter. Warum erschreckt er sich von jeder Leute? Da bin ich doch eben schon dreimal noch vorbeigerannt. Was ist das? So, er fightet immer noch. Eine Fall ist das Spiel. Oh, das zweite Haus. Also nach oben, ganz im Norden sozusagen. Zweite Haus, oben rechts. Oh, der ist mir ewig, bis ich da bin. Ja. Ich hab den Autoschlüssel, also... Blutfalls. Ey, warte, du bist gerade an mir vorbeigerannt. Er ist hinter uns, ne? Irgendwie ist er hier. Ich hör nichts. Ich hör's. So, ich muss kurz tanzen. Oh, yeah. Denn jeder weiß... Vielleicht findest du ja irgendwo... Hä? Hier ist ja noch gar nichts abgeschlossen. Ähm... Den Stromkasten sozusagen. Hm. Wie soll ich den finden? Dann müsste ich ja erst gucken. Hier ist nochmal Battery. Ja, das ist gut. Die fehlt ja unten. Äh, ich hab einen Autoschlüssel, deswegen. Ah, ja. Also mir fehlt auch... Er ist doch hier. Dann bring ihn doch nicht mit. Weiß nicht, wo er ist. Hä? Hä? Ja, das verfolgt sich jetzt. Toll. Tolle Wurst. Weiß nicht, wo er ist. Hä? Hä, das Tankerbatterie ist doch fertig. Hab ihn angeschossen? Oh, er ist ja direkt bei mir. Ja, ja. Ist weg. Scheiße, jetzt bin ich hier raus aus dem Haus. Ich hab ihn nur einmal angeknüppelt. Er verfolgt mich. Ja, ich komm mit dem Basie. Oh Gott, er hat mir vorbeigekrapscht. Ich hatte Glück. Ich renne in das Haus nebenan. Na, wo die Fuse drin ist, oder was? Ich schmeiß da die Fuse hin. Oh, warum springt der immer durch? Pausbeckiger, blöd Hammel. Hast du gehört? Ja, bei Tommy, oder was? Ja, ganz recht. Da schmeiß ich die Fuse hin, okay? Er ist vorne dran. Ja, er schlägt ein. Hab ich einen reingewampst? Okay, dann geh ich hier halt mal wieder raus. Schmeiß die Fuse da hin, wenn's irgendwie geht. Warte doch mal, warum hast du denn alles zu? Okay, er ist hinter mir. Er hat schon wieder an mir vorbeigekrapscht. Ich komm wieder zurück. Komm hier rein, komm hier rein. Sehr gut, er kommt vorne rein. Nimm du mal die Fuse jetzt. Aber er hat wieder eine Falle dahin, also das kriegen wir eh nicht hin. Er ist drin, ne? What? Ja. Oh, ja, er ist da. Sehr gut, ohne wieder raus. Jetzt hab ich natürlich keine Falle, ich trockle. Äh, keine Waffe. Er fliegt zu mir. Und kappt schon neben. Ich hab keine Waffe. Hoppala, da sind wir da hinten. Alle Scheiben offen. So, du musst mich gleich mal heilen. Ich hab nur noch einmal Heilung. Ja. Schön, Herr. Und ich bin durchs Fenster ja schon nervig. Fuck. Hier ist keine Waffe. Toll. Ich muss jetzt mal weg hier. Kommst du auch mit? Bist du bei der Batterie? Alter, er steht nicht vor meiner Hütte. Oh, ich seh nichts mehr hier. So. Er ist hinter mir. Ich will nur noch eine Waffe holen, dann komm ich zu dir. Ah ne, ich bin bei dir. Oha. Siehe nichts. Siehe nichts. Er kommt gleich rein. Ich hab ihn mitgebracht. Er ist wütend. Also nicht schlagen, ne? Bringt nix. Oh, er ist drin irgendwo. Ich will raus. Du hast ja die Autoschlüssel. Ah, er hat mich. Fuck. Ich hab mal versucht, einen kleinen Turn zu machen. Ist er tot? Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Die Fuse einbauen. Oder wegfahren. Hm. So, das ist alles. Bäh. Oh, der erschreckt sich alle 10 Sekunden, Mann. Alter, der Pause-Beck-Kick ist wirklich der Obertortel. Kick ihm bitte seine dumme Rübe runter. Okay, ist da nur noch einer am Leben. Wie dumm kann man bitte sein? Was soll ich mit Thomas? Ich schau dir zu beim Sterben. Und dann bleib ich einen Meter weiter vorne und dann erschreckt er sich. Alter, ist der dumm. Vixen, komm raus. Komm, nahm her, sehen die ja schon sehr ähnlich aus. Nicht? Alter, der Pause-Becky, der hat Schiss. Er hat bestimmt noch mal eine Packung Nüsse gefressen oder so. Fette Backen gemacht, gehamstert. So ein Idiot. So ein Superplan. Oh Gott, ist die dämlich. Oh Gott, ist die dusselig. Was macht er denn da eigentlich? Wo ist er denn? Ja, irgendwie hat er schlechtes Internet? Ja, hat er. Man sieht ihn immer so komischen Morphen und dann... Ja, irgendwie haben alle schlechtes Internet, ne? Nur wir nicht. Stimmt. Ja, was macht er denn jetzt eigentlich? Weiß nicht, ob er einen Fehler vielleicht hat. Ah! Warum wirst du fucking sterben? Guck. Jetzt ist... Er macht gar nichts. Jetzt kommt... Jetzt morpht er sich wieder. Oh Gott, ist die blöd. Hä? Er macht aber nichts. Ach komm, ey. Also noch blöder zusammenspielen geht ja auch nicht, oder? Das ist ja wohl jetzt ein eindeutig. Er hat das Spiel verlassen. Schade, war so spannend. War so spannend. Ja, ich verlasse es jetzt. Das verlasse es jetzt. Aber lass mich machen. Lass mich machen. Mit der Kruke. Jawohl. Jawohl. Ärgerlich. War so eine spannende Runde. Er hat fair gespielt und dann machen sie hier so ein Kackding. Yes. Ist doch völlig logisch, wer es jetzt wird. Es wird der Fan für der Fan-Lanzmann. Der Lanzmann-Lanzmann. So. In your head. Hallo. Da segelt er vorbei. Er hat den Vierer. Ja. Der ist saustark. Ich bin der Drille. Ich bin Buxi. Oh. Ich hatte zu tun. Gleich am Anfang hast du meinen Autoschlüssel gefunden. Voll gut. Bei Evergreen Camp. Evergreen. Evergreen. Ever, ever, evergreen. Und ein Highspray. So. Autoschlüssel gefunden ist gut. Oh, und ein Messer. Meine Güte. What? Echt. Jetzt kann ich an Luggen bin. Wo bist du eigentlich? Evergreen Camp. Auf der linken Seite bei den zwei Häusern. Gegenüber der Scheune. Der kann nix. Der hat gerade erst den Vierer freigeschaltet. Sag ich dir. Und ich hab Benzin. Er ist. Ja, oben links. Genau, da wollte ich nämlich gerade hin. Das mach ich dann vielleicht doch nicht. Ja. Weißt du, wo das blaue Auto ist? Na, woher soll ich denn das wissen? Dann vielleicht warst du irgendwo. Unten rechts gibt es ja ein Auto. Bei Stillwater Camp. Wir können ja mal da runter gehen. Ich komme auch hin. Warst du in der Scheune? Nee. Aber du kannst es ja gut einbauen. Wo gehst du nur lang? Du kommst unten über die Brücke, oder? Durch die Scheune mach ich's. Ach so. Würde ich jetzt mal machen. Ja, ja, dann machst du das. Und ich tanke schon mal. Ich bring dir ne Knarre mit. Naja, es sei denn, da ist die Batterie. Dann bring die bitte mit. Dann können wir nämlich schon abhauen. Batterie. Alles klar. So, ich bin jetzt erstmal in dem Haus. In dem Kleinen. Beim Auto. Sieht erstmal so aus, wäre hier gar nichts. Alles frech. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist nix. Er ist hier in der Nähe. Ich muss abtapfen. So. Ich werf dir das Ding dann hin. Du musst tanken. Ich kann's net. Ich brauch zehn Jahre, bis ich da unten bin. Er ist hier. In dem großen Haus. Oh, wieder als falsche. Er rennt zum großen Haus gerade. Ich flitz runter. Sehr gut. Ich bin jetzt unten beim großen Haus. Stillwater Camp. Am Camille. Ich mach dir mal das Fenster auf. Vielleicht findest du ja noch irgendwas. Ja. Also was finden werde ich, aber... Ob's die Batterie wird? Also so viele Maps, wie ich jetzt finde. Ein Quarki Talki. Und ein Basie. Das ist doch... Oh, ruf mal Tommy Jarvis schnell. Das wird mal... Macht mal bei dir. Was heißt denn hier schnell? Oh Gott, hier ist so du, die durch die Scheibe gesprungen. Gibt's eigentlich Unterschiede, wie schnell die den rufen können? Ich hab das Gefühl, der kann das relativ schnell. Oh Gott, der macht hier alles auf. Der Spaß. Ist der dumm. Pass alles auf. Ja, die Tür hat er wieder aufgemacht. Was meinst du? Gibt's Unterschiede, wie schnell man telefonieren kann? Ach so, das haben wir uns schon mal gefragt. Ich weiß es nicht. Weil der hier kann das irgendwie schnell, hab ich das Gefühl. Haben wir auch einen Tank gefunden? Doch, der liegt ja da. Äh, Batterie. Aber wo ist denn der Tank? Ja, ich hab eingebaut. Ah. Nö, hier ist nix. Lass mich nochmal gucken. Das heißt, ich geh jetzt mal... Was, echt? Wo? Wo war die? Neben dem Sessel, oder was? Da hinten im Eck. Hier, da, wo meine Knarre liegt. Nimm die Knarre jetzt. Wohl. Es ist leider das Gelbe Raum. Ja, pass auf. Wegen diesem Spaß da. Naja, ich hab ja den Schlüssel. Na, vielleicht hat er auch einen. Irgendwer ist tot. Da, ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Verdränge ihn. Ich hab' keine Waffe, ne? Egal. Oh, er dachte, man kann rein. Ha, ha, ha. Oh, er schlägt noch hinterher. So, jetzt müssen wir aber ganz weinig hier draufhauen. Ja, was will er denn? Na, ich hab' ihn gar nichts gemacht. Nix. Der muss erst mal beweisen, dass das würdig ist, der Prüfung zu entkoppeln. Tommy haben wir gerufen. Das heißt, einer von uns beiden wird's ja dann gleich. Rechtsrum. Das war... Das war eine schnelle Runde. Das war so was. Sag Tschüss, ihr Trottel. Juhu. 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 Oh ne, Matus Co. ist schon... Hm. Tommy. Oh. Der, der gestorben ist, ist ja lame. Ja, ist eigentlich fair. Nee, ist nicht fair. Er hat's ja schon mal vergeigt. Oh, aber er kriegt jetzt... Zack. Den Donner in die Klappe. Oh, hier hat er einen in den Haupttuch. Was er wohl macht. Ob sie das hinkriegen. Ah. Oh, er macht einfach die Tür zu. Das ist ja gemein. Voll asi. So, was machst du denn da? Kruschtel, Kruschtel. Er ist schon drin. Ich hab einfach nur das Bier aufgemacht und viel. Oh, das Bier. So, Tommy, das wird was. Oh, oh. Das war knapp. Zack. Zack. Tommy hat eingebaut. Echt? Ja. Und rennt weg. Wo ist Jason? Hol sie dir. Hol sie dir. Guck mal, da oben ist die Uhrzeit. Kurz nach 10. Ich dachte irgendwie so mit der Nacht. Dachte ich auch. Na gut, ist aber stehen geblieben, die Uhr. Also von daher weiß man es ja nicht genau. Man weiß nur, dass sie kurz nach 10 stehen geblieben ist. Stimmt. Oh, sie hat die Autoschlüssel gefunden. Das ist natürlich günstig. So, wo ist Jasonil? Er geht bei ihr glaube ich gerade rein. So, und er ist jetzt drin und kommt nicht raus. Ist denn das blaue Auto dann fertig? Nee, ne? Ja, ich glaube schon. Würde ich mal vermuten. Was macht sie eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Naja, was soll sie machen? Ich würde auch da warten. Oh oh. So Jason, fliegst du rein? Nee. Hä? Hallo? Wo bist du denn? Okay, dann gehe ich mal hier lang. Das war aber gut gemacht von ihr, ne? Naja. Einfach mal hinterm Schrank verstecken. Da hätte ich viel zu sehr Schiss, dass die auch schreit. Das stimmt. So wie mein Typ, der sich vor jeder Scheiße erschreckt hat im letzten Part. Furchtbar. Oh, da ist die Fuse. Hä? Ist Jason drin oder was? Achso, ich dachte schon. Ist der da drin? Da ist doch einer drin. Oh. Da hat er das Messer. Im Halse. Ah, nee. Tommy hat es. Der ist gefunden. Das war wahrscheinlich der, den wir im Stich gelassen haben, sozusagen. Äh. Infernus. Infernus. Oh. Zack. Da hat er ihn. Oh. Quetta. Infernus. Spiel doch nicht wie ein Anus. Echt. Kommt los. Haben wir dich nicht mitgenommen. Und jetzt weiß gar nicht, was er machen soll. Was ist denn jetzt los hier? Hä? Was? Och Mann. Weg hier. Wo rennt sie eigentlich lang? Ah, sie auch nicht. Anstatt sie jetzt mal irgendwie zum Auto geht, ne? Naja, vielleicht zucht sie die Person. Also. Ah, die Hütte kann sie natürlich vielleicht zuchen. Ha. Das. Jetzt ist er. Ne, ist nix. Kannst gleich wieder umdrehen. Ist nix. Nein. Wenn der Friedhof da ist, ist die Hütte weg. So. Tommy. Genau. Lürft das Ding hin. Na? Na? Na, der Typ hat ja auch erst einen gekillt. Na gut, eigentlich zwei. Diese zwei? Na einer, der quittet. Ach so. Quittet. Das stimmt. Quittet itch. So, jetzt. Jetzt geht die Tanzerei los. Vor allem direkt hinter Jason ist so ein Stromgenerator. Anstatt er das Ding mal ausmacht. Nicht schlecht, aber halt auch nicht gut. Ich glaube, er ist relativ neu. Naja, geht ja nicht, wenn er den Vierer Jason hat. Dann schaltet man ja als letztes frei. Level 45 oder so. Ja. Naja, das ist ja eigentlich... Wenn du den hast, hast du das Fall erst durchgespielt. Fast. Danach kommen hier nur noch irgendwelche Kills. Kills und Waffenwechsel. Kommen und... Wo ist er? Der ist echt weg. Warum ist er denn weggegangen? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja ziemlich dumm. Und er kippt noch daneben. Da hält sich auch noch verdrückt. Ja, alright. Oh Gott, Jason. Das hast du vergurkt. So, sie ist an der Hütte. Jetzt erschreckt sie sich erstmal. Man sieht sie eigentlich schon. Ne, sie macht es auch nicht. Ja, aber er hat ja schon die Nachricht bekommen, oder jetzt? Eigentlich schon, oder? Aber auch. Ah, Tom. Ah, da kommt er, oder? Los, geh rein. Da. Was machen sie? Ah, er ruht sich aus, oder was? Er ist bereit für die... Aber sie müssen ihm ja auch noch die Maske unterschlagen. Ja, deswegen. Ich glaub, sie wollte wegen... Genau, deswegen. Okay. Wegen der Axt. Saugut. Ich bin mal gespannt. Oh, er ist da. Er ist da. Siehst du? Er ist nicht so neu. Er hat das schon begriffen. Oh, Tommy, was machst du? Er lockt ihn. Was ist hier eigentlich alles in der Hütte drin? Hab ich noch nie so genau nachgeguckt. Ein Klo. Ganz viele Eimer. Und ein kleiner Ventilat. Ach, er nimmt erst ein Baby. Ist eigentlich besser, wenn sie denn... Na ja. Ja. Hm, nee. Ist schon so logisch, oder? Wo hat er denn jetzt diese Falle hingemacht? Hm. Hm. Sehr gut. Oh Gott. So, das war... Das war schon mal ein Flop. Ja, das war echt ein Mega-Flop. Das Einzige geht jetzt noch in die Falle. Wo ist er denn? Ja, eben. Er hat die voll Scheiße hingelegt. Ja, die ist ja echt mega-kacke. Oh Gott, hat er nicht... Er hat nicht die Klimmwaffe mitgenommen. Das stimmt. Oh Gott, wie Not gegen Elend. Also, Tommy, du hast es eigentlich schon vergeigt. Sie hätte das einfach nehmen müssen. Na? Oh. Oh, oh. Ich meine, Tommy ist auch bescheuert. Oh, das war... Oh, jetzt ist das letzte Messer aus dem Spiel. Na? Der Tommy ist echt bescheuert. Der muss doch mal irgendwie bei ihr bleiben. Ah, das Auto. Die letzte Rettung. Das ist ja fertig. Und sie hat einen Schlüssel. Das heißt, jetzt einmal eben eine reinknüppeln. Dann könnten sie entkommen. Stimmt's? Ja, das schon. Ja, aber Tommy macht Kacke. Ich bin ganz gespannt. Tommy macht's nicht gut. Oh Gott. Komm. Hau ihm eine rein. Aber sie hat irgendwie auch schlechtes Internet, oder? Ja. Weiß ich nicht. Weil die morpht immer so aus Versehen nach vorne. Doch, die hat auch einen 160er-Pink. Weißt du, gibt das nicht sogar manchmal... Oh, das war's. Oh, ärgerlich. Komm. Oh, drübergeheulen, weil sie gerade aufgehoben hat. Oh, oh. Oh, oh. Ein wildes Gehacke. Er wird gar nicht mehr gestackert, ne? Oh Gott. Ne. Er ist wütend. Er ist nicht wütend. Ja, doch er ist wütend. Oh, oh, oh. Jetzt haben sie keine Waffe. Und er ist... Oh nein, und er... Und er hat die Maske verloren. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Er hat keine Waffe, er hat keine Waffe. Ach, nein. Boing. Woosch. Oh. Aber, na gut. Alter. Wir haben es nicht so schlecht gemacht. Nee. Er war ein bisschen chaotisch, aber trotzdem war es gut. Ja. So, als hätten wir es gemacht. Auf ihn, auf ihn. Dich, 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 dich. Ich habe keine Waffe mehr. Warum? Pfft. Der Autoschlüssel. Naja, ist ja eigentlich klar, ne? Oder stirbt. Oder eine 6 Minuten könnte er schaffen. Ja. Er hat keine Ausdauer mehr. Oh Gott. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Zack. Hm. Ah. Kritisch. Nicht schlecht gemacht, nicht gut gemacht. An den Nuancen muss noch gearbeitet werden. Das stimmt. Sehr spannende Runde. Wir waren halt optimal. Ja, wir waren echt. War eine schnelle Runde für uns. Er hat gar nicht mitbekommen, dass wir weggefahren sind, ne? Es war irgendwie... Nee. Aber ich finde das Spiel ist auch irgendwie geiler, da noch zum Zugucken. Oder? Ja, finde ich auch, macht schon mega Spaß, wenn man zuguckt, ja. Wie so ein Film. Oh, ich steige auf. Level 124. Oh, Level 109. Ich bin auch aufgestiegen. Wenn ich noch ein Level habe, dann habe ich den letzten Kill freigeschaltet. Ah, ha, ha, ha.